Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und meine Familie wartet Oh, verstehe Heute ist Weihnachten, weißt du? Ja Wo man die Zeit mit seinen Liebsten verbringt Schon klar Und nicht irgendwelchen Dingen hinterher Ich hab's kapiert, Marco, danke Alles klar Ich danke dir für deine Hilfe, Mann Ein paar Mal war's echt knapp Jederzeit, mein Freund Frohe Weihnachten und viel Erfolg Danke, dir auch Ach und eins noch Hä? Vergiss die Bewertung nicht Fünf Sterne Was für ein komischer Kauz Harry, was ist nun? Schnappen wir uns die Typen Und was nun? 007? Wir überraschen die Gangster Aber seid vorsichtig Die Typen sind zu allem bereit Sollten wir nicht lieber die Polizei Ha, erwischt! Oh, hallo Herzlich willkommen bei Poseidons Reinigung Wir verspritzen Sonderangebote Und ertränken teure Preise Tja, das könnt ihr euch sparen, Leute Ich weiß genau, wie der Hase läuft Wo ist Captain Pineapple? Entschuldigung, Sir Sind Sie unzufrieden mit einem unserer Produkte? Wir helfen Ihnen sehr gerne bei der Reklamation Einen Lolli zur Beruhigung? Du? Tja, geniale Fassade für ein paar miese Verbrecher Aber ich hab euch längst durchschaut Wo habt ihr sie versteckt, hä? Hier vielleicht? Okay Ja, bestimmt hier hinter Okay, nicht schlecht, nicht schlecht Hallo, ganz bestimmt hier Ja, aber bestimmt hier Aha Oder etwa hinter dieser Tier Mahlzeit Hä? Sir, äh, geht es Ihnen gut? Was geht denn hier vor sich? Entschuldigen Sie uns bitte kurz Oh, das Sonderangebot für die Waschmaschine Ist ja der Knaller Es kommt noch besser daher Wenn Sie jetzt zuschlagen Legen wir diesen fantastischen Wäscheständer gratis obendrauf Nein Doch Boah Was ist denn nur los mit dir? Ich verstehe das einfach nicht Birgi Die letzten Stunden waren ziemlich stressig Kann sein, dass dir das alles etwas zu Kopf gestiegen ist? Ich weiß, was ich gesehen habe, Palle Die beiden haben eine Bude leergeräumt Um an Captain Pineapple ranzukommen Weil Captain Pineapple in Wahrheit eine Bombe ist Schon klar Das hast du uns im Taxi mehrfach erklärt Ja Hörst du nicht, wie albern das klingt? Aber wieso glaubst du mir nicht einfach? Jungs, schaut mal Ist das dein Ernst? Du unterstützt diese Gaune auch noch? Das war ein Schnapper Und schau mal Diesen Wäscheständer gab es auch gratis dazu Einfach so Du hast doch noch nie irgendwas gewaschen Ich hatte ja auch noch nie eine Waschmaschine Du bist so ein Idiot, ey Ey, beruhig dich mal Was jetzt? Nicht aus dem Dorf abhauen sollen Hallo, Leute Ach, darum geht das also? Ach komm, lass gut sein Entschuldige, dass ich mal ein bisschen was von der Welt sehen wollte Aha, wir waren dir also nicht mehr gut genug So war das nicht gemeint Schon klar Hey, jetzt beruhigt euch doch mal Halt die Klappe, Sturmi Oh Mann Entschuldige, Sturmi Hey Smurf Es war nicht so gemeint Toll gemacht Tito Hey Smurf, warte Ich helfe dir mit der Waschmaschine Ich weiß, was ich gesehen habe Und euch lasse ich ganz sicher nicht davon kommen Ich helfe dir mit der Waschmaschine